Ich wollte fragen, ob Sie, sind Sie Ärztin? Laborantin, ich mach Blutuntersuchungen. Wie ist denn Ihr Wert so? 7,1. Wow. Und Ihre? Egal was passiert, ich bin für dich da, ja? Ich krieg keine Arbeit, ich bin nichts, ich kann nichts machen. Du verheimlichst doch nicht, wer du bist, du verheimlichst nur, wer du sein wirst. Bin ich ein schlechter Mensch? Äh, weil du von deiner Rating-besessenen Kultur profitierst? Ich bin sauber, versprochen. Hey, Bär, ich lieb dich so, wie du bist, ganz und gar. Gut, uns geht's gut, super, ehrlich. Ich bin 9,1. 9,1. Ich deal mit Blut. Du hilfst Leuten beim Fälschen von Blut. Ja, ich höre auf, ich verspreche es dir, es tut mir leid. Ich bin nicht krank, ja? Ja, ja, sehr gut. Da drüben fordern manche schon die Zwangssterilisation von Low Rater. Vielleicht hat es ja auch Vorteile. Ich krieg alles auf die Reihe. Also zerstör mir das nicht mit deiner Kritik. Ja, das war's. Das war's. Ich krieg alles auf die Reihe. Vielen Dank.